PKU Go-Like ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zum Diätmanagement bei Phenylketonurie. Es ist eine Phenylalanin-freie Aminosäure-Mischung in Granulatform. In einem innovativen Verfahren, der Physiomimic Technology, werden die Aminosäuren granuliert und ummantelt. Dies ermöglicht eine Freisetzung der Aminosäuren über einen verlängerten Zeitraum. Hierdurch verbessert sich die physiologische Aufnahme und der für Aminosäuren typische Geschmack und Geruch wird überdeckt und ein Nachgeschmack verhindert. Die Granulierung ermöglicht es, dass die Aminosäuren nicht schon während des Verzehrs, sondern erst später im Verdauungsprozess freigesetzt werden. Wie wird die Einnahme von PKU Go-Like so einfach wie das Trinken eines Glases Wasser? Go-Like Shake & Drink Um PKU Go-Like schnell und einfach zu trinken. Go-Like Shake & Drink ist eine leicht gelierte Lösung auf Wasserbasis, die Xanthan enthält, das für seine gelierende Eigenschaft bekannt ist. PKU Go-Like wird in die Flasche gegeben und vermischt sich sofort mit der gelierten Wasserlösung. Die Einnahme von PKU Go-Like ist so einfach wie das Trinken eines Glases Wasser. Verwende Go-Like Shake & Drink in nur drei schnellen und einfachen Schritten. Mische den Inhalt eines Beutels in eine Flasche Go-Like Shake & Drink. Die Flasche kann zum Mischen aller PKU Go-Like Produkte verwendet werden. Schüttle die Flasche 10 Sekunden, damit sich das Granulat mit der gelierten Wasserlösung vermischen kann. Zum Wohl! Jetzt kannst du PKU Go-Like schnell und einfach trinken. Go-Like Shake & Drink ist ein neuer und einfacher Weg, PKU Go-Like zu trinken. Einfach mischen, einfach schütteln. Trinke es einfach. Du möchtest deine Aminosäurenmischung mal anders einnehmen? Mit PKU Go-Like kein Problem. Durch seine Granulatform eignet es sich ideal für cremige Speisen und dickflüssige Getränke. Und das Beste? Der ursprüngliche Geschmack deines Essens bleibt dabei erhalten. Ob gemischt in Go-Like Shake & Drink oder eingerührt in cremige Speisen und dickflüssige Getränke. Probiere die vielfältigen Einnahmemöglichkeiten von PKU Go-Like und finde deinen optimalen Weg, es in deinen Alltag zu integrieren. APR, ein Schweizer Pharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben der Menschen mit PKU spürbar zu verbessern.